Hallo, ich bin's wieder, euer Daniel und ich melde mich zurück aus der Arena von Amedinillia. Die Athleten von ewigen Helden müssen in der Kategorie Ausdauer eine wahre Sisyphus-Aufgabe erledigen. Sie müssen schwere Bälle immer wieder den Hügel hinaufschleppen und wieder hinunterlaufen, wieder rauf und wieder runter. Es ist aber ein super Ausdauertraining und wer von euch die Möglichkeit hat, so etwas an Treppen zu üben, der sollte das unbedingt machen. Es ist wirklich toll, wenn man an so Stufen einfach mal so ein richtiges Konditionstraining macht. Hier in die Arena bei den Sitzreihen, da bietet sich so etwas an und was man da machen kann, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei! Hier in die Arena bei den Sitzreihen, da bietet sich so etwas an, was man da macht. Musik Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.